Ich bin nach Deutschland gekommen, weil der Wunsch, mehr von Bruno Gröning kennenzulernen, in mir immer weiter wuchs. Sobald ich von ihm hörte, merkte ich, dass ich das gefunden hatte, wonach ich so viele Jahre gesucht hatte, nämlich den armen Menschen in meinem Land zu helfen, denn in meinem Land gibt es viele Menschen in Not.